So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge BVZ GW2, wie ihr leicht sehen könnt und vielleicht ahnen könnt, wir sind da bei der Z-Deck Fabrik und ich bin am Start mit dem General Supremo. Ganz einfach, weil ich den leveln möchte. Ja, was denkst du, dass du mich da... Nee, du lässt mir jetzt meinen Kill übrig. So, Happen. Achtung, der Schnapper kommt da drüben raus. Guck gemacht, ich hab mal etwas Gift drüber, damit die nicht so strahlen, wie gut es denen geht. Aha, da kommt mein Freund vom Anfang, der hat wieder mal ins Gras gebissen. Hä? Ja? Äh, äh? Was? Aha! Ja gut, jetzt taucht der rein, da kann ich nichts machen, wenn der rein taucht. Ich bin schon unterwegs, um dir da zu helfen. Ups. Ja, hallo, Hot Rod Schnapper Hand. Oh, oh. Huuuuh, er hatte Glück. Oh, oh. Nein. Nein. Lass das sein. Er kriegt mich scheiße. Hät er mich nicht eingeschleimt, das ich versucht habe wegzuspringen, hätte ich es zeitlich noch geschafft. Naja. Da kann man nichts machen. Zwischenstand 5 zu 13. Momentan, Zombie Team liegt vor. Wir sind da relativ gut am Start. Aha, Sonnenblümchen dort unten. Zwei Schnapper dort drüben. Ja, natürlich muss der Roboter da. Genau in dem Moment. Ja, 4 Iron. Oh. Ja, scheiße. Mit seinem Schutzschild und jetzt der Schnapper auch noch dazu. Scheiße. Und mit dann habe ich vier Kills aus. Muss ich den Gang zulegen. So, fünf. So viele Schnapper, das kann es ja nicht sein. Okay. Deine ist einfach respawned wieder mal, sonst hätte es mir da ein Kill gezählt. Die müssten irgendwie die respawns abschalten. Das macht so kein Spaß mehr. Jetzt sieht man es auch wieder. Mann. Ja, natürlich kann der jetzt fliegen. Was hat denn jetzt die Schnapperflug-Scheine gemacht. Brauchen wir drei Stücke, oder? Ja, natürlich kann der Schnapperflug-Scheine gemacht. 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 ja 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 momentan zehn kills bei den zombies bin ich momentan der mit den meisten kills hauen noch zehn mehr um und hör auf zu sabern ich selber doch gar nicht bin da nur ganz verwirrt dass die schnapper plötzlich fliegen können ja und schon wieder ein schnapper das ist ein reinschnapperturnier irgendwie sind zwei zitrus drin der rest sind alle schnapper es hat irgendwie mit dem spiel an und für sich so wie ich es kannte irgendwie nichts mehr zu tun mittlerweile spielt fast jeder nur mehr schnapper vereinzelte spieler dass da wieder mal sind ein paar spieler die da vereinzelt was anders spielen aber der großteil wird irgendwie nur mehr schnapper so zum mit ihm hat gesiegt auszeichnung habe ich keine schade schade naja elf kills so leute ich hoffe mal euch hat's gefallen schaut wieder das nächste mal rein also bis dann tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020